Drei Dinge, die wichtig sind. Wichtig Es ist wichtig, den Müll zu trennen, um Recycling zu ermöglichen. Es ist wichtig, den Müll zu trennen, um Recycling zu ermöglichen. Mülltrennung hilft, Ressourcen zu schonen und die Umwelt zu entlasten. Es ist wichtig, den Blutdruck regelmäßig zu kontrollieren, um Gesundheitsrisiken zu minimieren. Es ist wichtig, den Blutdruck regelmäßig zu kontrollieren, um Gesundheitsrisiken zu minimieren. Durch die Überwachung des Blutdrucks können Gesundheitsprobleme frühzeitig erkannt werden. Es ist wichtig, Verträge sorgfältig zu lesen, bevor man sie unterschreibt. Die sorgfältige Lektüre von Verträgen hilft, Missverständnisse und Probleme zu vermeiden. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Das ist wichtig, den Blutdruck geöffnet wird. Das ist wichtig, den Blutdruck geöffnet wird. Das ist wichtig, den Blutdruck geöffnet wird.